Eieie, ist ja ein ganz schön winziges Feld, aber das schaffe ich jetzt wirklich mit einmal drüber vor. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich fahre mal ganz runter. Jetzt sind wir da. Einmal ungefähr die Mitte hier. Hoffentlich, ja, obwohl. Jetzt machen wir zwei Meter weiter rechts. So ungefähr 90 Grad und auf geht's. Reicht's? Reicht's nicht? Ja, es reicht. Sehr schön. Abschließen. Perfekt. Jetzt nehme ich das einmal an, aber das wird eine sehr, 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 sehr harte Challenge dann. Weil mit meinem kleinen Flug, natürlich könnte ich mir für das Geld, was ich jetzt habe, so ultra viel kaufen, so große Maschinen, aber irgendwie will ich ja eigentlich noch eine Challenge haben. Und solange ich das mit kleinem Gerät schaffe, spare ich mir das Geld und kann dann halt so nach und nach gleich alles kaufen. Oh Gott. Wenn ich das Zuckerrohrrecht schon sehe. Einmal habe ich Zuckerrohr gemacht. Das war Katastrophe. Das war glaube ich damals noch LS 17. Ich glaube 17er war es. Nein, warte, gab es da. Nein, warte, gab es da Zuckerrohr schon oder war es der 19er dann? Auf einer Mod-Map. Ja. Und das ist ja. Vor allem der hat ja nur, keine Ahnung, 80 cm Arbeitsbreite und diese doofen Kipper, die da daneben herfahren müssen, die extra viel Zuckerrohr sind. Und dann habe ich natürlich mit einer Mod, also mit Curseplay glaube ich, habe ich es versucht zu machen. Äh, vergiss es. Vergiss es. Das schafft man nicht. So, jetzt muss ich doch mal so schauen. Wo bin ich jetzt da? Mist. Obwohl da, ne, da drüben ist es besser. Da drüben ist es besser, wenn ich hochfahre. Und da mit Curseplay haben sich die die ganze Zeit aufge... also was heißt aufgehend, äh, sind die ganze Zeit ineinander gefahren, haben sich gegenseitig blockiert und hier und da und boah. Und das war eigentlich ein riesen Feld, äh, gibt natürlich mega Asche, weil das eine lange Arbeit ist, dauert es sehr lang. Aber, wenn nichts funktioniert, wenn man selber keinen Fortschritt so richtig sieht, ähm, macht es auch keinen Spaß. Es wäre ungefähr so, ähm, hier, keine Ahnung, Feld 70 jetzt da links oder noch ein größeres Feld mit einem... war das gerade rot? Keine Ahnung. Aber der Zug ist doch erst vorbeigefahren, hab ich gesehen. Äh, ähm, mit einem 1-Meter-Pflug oder so, die... Das Feld da zu pflügen, das wäre... geht wahrscheinlich besser, aber ist genauso nervig und anstrengend. So... Okay, da drüben rechts ist der Hof. Weil ich bin so noch nie gefahren, glaube ich. Bin immer da links neben dem Feld 40 rausgekommen und reingefahren. Gut. Da kann ich aber rein theoretisch hier auch gleich düngen, oder? Natürlich erst ansehen, also erst gruben, dann ansehen und dann düngen. Oder nach dem gruben halt düngen. Ich seh mal zu können... Ähm... Ach, Mist, jetzt muss ich... Da auch mal... Ähm... Ähm... Nein, das war's nicht. Ach, Mist, ich weiß es nicht mehr. Ähm... Wie war jetzt das mit... Ach, da ist es, nein, das war es nicht, das war ein Schalt, das war es. Und jetzt schaue ich, was wollte ich jetzt, ein Gruber kaufen, genau, und zwar setze ich mich da in den hier, erst einmal weg, an Licht war das jetzt, was war das jetzt, ach Mist, ja, super, ich bin so schlau, äh, genau, jetzt, ach so, jetzt ist richtig, ähm, gut, fangen wir erst einmal, äh, nur, zum Shop, und holen uns einen Gruber, 那么, jetzt, we can, jetzt, bitte, da ist das, was wir tun, wir sind so, das, WAS wir haben, wir haben uns eine gewisse Quietsche hat, aber jetzt wird man und zwar kaufen wir uns die Scheibenegge ehrlich gesagt fahr mal weiter vor dann kann ich gleich rückwärts hinfahren also nochmal überprüfen nein ich habe keine Scheibenegge Kreislegge ja ist eigentlich das gleiche so ungefähr gut 100 PS bla 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 drei Meter Kaufen Jo Kaufen Gut Und da steht sie Und dann wieder zurückdüsen Und dann wieder zurückdüsen Und dann wieder zurückdüsen Und dann wieder zurückdüsen Und ich werde gleich mit dem Voltra weiter arbeiten Ich mag jetzt nicht extra den kleinen dann nochmal hier abhängen dann wieder anhängen Alles doof So Dann Schauen wir doch mal So Einmal Nein das war's nicht Schon wieder nicht Okay Perfekt Nein Nicht Perfekt Mist Es ist ein Scheugner Es ist nein Es ist nicht gut Auch nicht gut Auch nicht gut Auch nicht gut Mist 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 Ah ok Ah Jetzt muss ich wieder da reinfuchsen Das ist doch doof Ah Ah Jetzt hat er endlich mal umgeschalten Äh Senken L2 L3 Ne Ich soll bloß jemandem mal sagen So jetzt Jetzt dann Wacht mal Und Ein bisschen Nach rechts So Kurz Und Gas Passt Funktioniert Sehr schön Und jetzt fahren wir mal hier so Bahn rauf Bahn runter Ja Ja